Vor 1000 Jahren regierten Aberglaube und Schwert die Welt. Die Zeiten waren finster und voller Schrecken und Furcht. Es war das Zeitalter der Gargoyles. Am Tag aus Stein, der Ritter der Nacht, wurden wir verraten von den Menschen, die wir beschützen wollten. Ein Zauber ließ uns verstanden. Für 1000 Jahre. Heute, hier in Manhattan, ist der Zauber gebrochen und wir sind zu neuem Leben erwacht. Wir sind die Ritter der Nacht. Wir sind die Gargoyles. Wir sind die Ritter der Nacht.